Heute sprechen wir über die besten E-Zigaretten. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich Links in das Beschreibungsfeld unten aufgenommen. Hier präsentieren wir die besten E-Zigaretten. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Die Gesamtsammlung von T-Web enthält einen T-11-Bullover-Ohm-Vaporizer, einen E-Box-DC-Modebox-Batteriedienstanbieter mit 60 Watt Leistung sowie einen zusätzlichen SS316 0.3 Ohm-Vaporizer-Kopf sowie ein USB-Rechnungskabel. Ein 2200-Makku besteht derzeit aus, so dass Sie keine anderen Geräte neben der besten Flüssigkeit benötigen. Auf dem eingebauten Bildschirm können Sie den genauen Batteriegrad und alle Voreinstellungen überprüfen. Sie können zwischen einer Leistungsstufenvielfalt von 7 bis 60 Watt oder einer Temperaturstufenvielfalt zwischen 100 und 315 C wählen. Der Glasspeicher hat eine Fähigkeit von 2 ml und ist auch bequem kompatibel. Auch die Luftzufuhr kann präzise verändert werden, um sicherzustellen, dass Sie ein wirklich unabhängig flexibles Werkzeug in einem nach wie vor hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten, das sowohl gut verfeinert als auch über hervorragende Ableitungswohneigenschaften, gepaart mit einer effektiven Batterie, verfügt. Aufgrund der atemberaubenden Produktverpackung ist das Produkt zusätzlich als Geschenk für Zigarettenraucher geeignet. Nummer 4 Das Türweb desichen zeichnet sich durch seine fantastische Anpassungsfähigkeit und auch enorme Leistungsfähigkeit von 4,5 ml aus. Die E-Zigarette arbeitet mit einer Leistung von 80 Watt zusammen und Sie haben auch die Möglichkeit, die Seetops offen nach Watt- oder Temperaturniveau zu ändern. Sie können das Guard-Kit auf eine Leistung von 7 bis 80 Watt oder an Temperaturniveau zwischen 100 und 315 C einstellen und damit auch die Ableitung speziell nach justen, da es für Sie am praktischsten ist. Insbesondere unter Berücksichtigung, dass der Verteilungsbereich nicht aus einer Batterie besteht, sollte diese einzeln gekauft werden, was die Gesamtrate auch extra erhöht. Sie können auch den funktionalen Seetop-Ring nutzen, um zu steuern, wie Ihnen der Luft-Schrägstrich-Schwer-Dampf-Mix gefällt. Darüber hinaus kann das Guard-Kit mit einem großen OLED-Bildschirm strahlen, der Details über die derzeit gewählten Seetops sowie den spezifischen Batteriekostengrad liefert. Dank der 510-Seite auf dem Lagtank können Sie auf Abfindung bequem verschiedene andere gemeinsame Lagtanks platzieren. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer List Nummer 3 Die zeitlose E-Zigarette von Ixiga hatte die Fähigkeit, uns bei der Prüfung pauschal zu überzeugen. Es hat eine 1100-mal solide Batterie, um sicherzustellen, dass es schnell 1-2 Tage dauern kann, unter Berufung auf Gebrauchsgewohnheiten. Die Abrechnungszeit ist ebenfalls sehr schnell um 3 Stunden. Das Versandsortiment besteht aus 2 Batterien sowie 6 Kleasormesern, einem USB-Rechnungsdraht, einem Nadelbehälter und auch SELX-E-Flüssigkeiten ohne reines Nikotin in verschiedenen Fruchtgeschmacken jeweils 10 ml. Die Kosten für das große Starter-Bundle sind in einem wünschenswerten Grad, sodass das Preis-Leistungsverhältnis wirklich groß ist. Die Handhabung ist relativ einfach im Gegensatz zu verschiedenen anderen Versionen und auch die Dampfförderung ist nicht wirklich fest. Nummer 2 Wenn Sie sicherlich einen Akku mit hoher Batterieleistung eher einer kleinen E-Zigarette bevorzugen würden, könnte die Starter-Kollektion von Q-Box für Sie von Interesse sein. Das Layout ist eher ergonomisch, unabhängig vom kräftigen Gewicht durch die große Batterie, sodass das Gartget bequem in der Hand vorhanden ist. Die Batterie hat eine Fähigkeit von 2000 mAh, was ziemlich cool ist. Der Akku wird nur mit einem 5V USB-Brad abgerechnet. Und die Nummer 1 unserer Liste Die Dampfzeugung ist wirklich hervorragend insgesamt und trotz des Starter-Ton-Gewichts im Gegensatz zu E-Zigaretten ist die Batterie ziemlich ergonomisch und passt auch gut in die Hand. In der Verbesserung ist das Werkzeug einigermaßen wirtschaftlich, sodass das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich ausgezeichnet ist. Die Batterie hat eine Fähigkeit von 2200 mAh, was ziemlich respektabel ist. Die Batterie wird lediglich mit dem 5V USB-Kabel in der Verteilung summiert. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.